Hallo Leute, herzlich willkommen zur heutigen Breaking News Episode. Eigentlich würde ich fast jeden Tag eine machen und jetzt auch noch mal hier mitten in der Nacht noch mal eine rausgehauen. Denn aktuell häuft sich nicht nur an sich die Tatsache, dass wir Breaking News machen können, sondern halt auch einfach Meldungen über Verletzungen. Und das geht jetzt hier auch weiter mit einem der Top Guys aktuell und damit auch Auswirkungen für WrestleMania und so weiter. Und zwar geht es um CM Punk. CM Punk, unser guter alter Freund, immer mal wieder gab es Probleme oder auch nicht mit ihm. Und jetzt gibt es das nächste Ding. Dieses Mal ist aber kein Streit ausgebrochen. Keiner hat sich bei Tatsache geprügelt. Überraschung? Ja, okay. Aber wir haben ein anderes Problem. CM Punk hat sich verletzt. CM Punk hat sich im Royal Rumble Match verletzt. So soll es auf jeden Fall sein. Das Ding ist, das sind jetzt alles Berichte, die gehen gerade durchs Internet wie bekloppt. Richtig fest werden wir es wahrscheinlich erst in der Raw Episode mitbekommen. Heute Nacht, falls man das überhaupt zu einem Thema macht. Aber da gehe ich eigentlich schon von aus. Weil wenn es der Fall ist, muss man es zum Thema machen. Wenn es nicht der Fall ist, dann wäre es irgendwie auch besser, wenn man es zum Thema macht. Aber es soll dann auch wohl so sein. Also aktuelle Berichte sagen, dass sich CM Punk im Royal Rumble den Trizeps gerissen hat. Hier muss man sagen, schöne Widder. Denn das Ding hatten wir schon mal. CM Punk war schon mal verletzt. Genau deswegen. Und fiel auch schon mal deswegen aus. Das heißt auch hier wieder, wenn das wirklich der Fall ist, fällt Punk vier bis sechs Monate aus. Und das war es mal wieder mit Wrestlemania. Und er braucht eine OP. Also er muss operiert werden. Und natürlich auch Physiotherapie und so weiter. Wieder das komplette Programm muss wieder abgefahren werden. Es soll wohl irgendwie so sein, dass es während des DDTs von Drew McIntyre passiert sein soll. Denn danach ist er nämlich direkt rausgerollt zu dem medizinischen Personal. Hat sich da checken lassen. Und hat halt dann auch zu diesem gesagt, my triceps. Also irgendwas haut da auf jeden Fall nicht hin. Berichte gehen da jetzt auf jeden Fall gerade ordentlich durchs Netz. Ist natürlich dann halt die Frage. Das Ding ist, es ist zwar die gleiche Verletzung, aber es ist der andere Arm. Also es ist einfach... Freunde, der Körper gibt auf, würde ich fast sagen. Ähm, super scheiße, wenn es jetzt wirklich so ist. Ähm, ja, kann man natürlich nichts machen. Es ist Wrestling. Es ist halt einfach ein schwieriger Sport. Ähm, und sowas kann jederzeit immer wieder passieren. Aber das ist natürlich bitter des Todes hier einfach. Ähm, ja, so auf jeden Fall erst mal Stand jetzt. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass man heute Nacht bei Raw das irgendwie zu einem Thema machen wird. Ähm, ja, und dass wir dann halt erst mal Punk dann doch nicht weiter sehen werden. Ist natürlich super scheiße, weil er ja jetzt erst zurückgekehrt ist. Aber, ja, das ist quasi Worst-Case-Szenario, äh, was das Thema angeht. Ähm, bisschen schlimmer wäre noch gewesen, wenn er den Rumble gewonnen hätte und dann zu WrestleMania fährt. Also quasi die Story passt wirklich. Er kriegt endlich sein WrestleMania Main Event und ist dann trotzdem verletzt und kann es dann auch nicht angehen. Also es ist halt, oh, was soll man dazu sagen. Ja, soweit auf jeden Fall erst mal das Breaking-News-Update für heute. Ähm, wenn es da weitere Infos gibt, wird es dann halt heute bei Raw geben. Dann werden wir es ja dann sowieso sehen, äh, und hören. Und, äh, dann, äh, quatschen wir natürlich auch in der Raw-Review darüber, die ihr als Kanalmitglieder sehen könnt. Deswegen auf jeden Fall noch den Support auf jeden Fall auschecken. Und dann, joch, war's das erst mal für heute. Ähm, ihr schlaft schön, würde ich sagen. Die meisten werden wahrscheinlich schon fast pennen oder jetzt ins Bettchen gehen. Oder ihr seht's irgendwie morgen früh. Ähm, dann habt ihr vielleicht sogar schon mehr Infos. Schauen wir mal alles in die Kommentare zu dem Thema von euch gerne unten rein. Und dann, äh, ja, war's das für heute. Mal spontan weitermachen. Kuss geht raus und ciao.